Die Vermählung Ines Roddes mit Prof. Dr. Helmut Instituris war in der Anfangszeit des Krieges, als das Land noch in gutem, hoffnungsstarkem Zustande und ich selbst noch im Felde war, Frühjahr 1915, nach allem bürgerlichen Advenu, mit ziviler und kirchlicher Trauung, einem Hochzeitsdiner im Hotel Vier Jahreszeiten und einer anschließenden Reise des jungen Paares nach Dresden und in die Sächsische Schweiz vollzogen worden, als Abschluss einer langen gegenseitigen Prüfung, die offenbar zu dem Ergebnis geführt hatte, dass man wohl zueinander passe. Der Leser spürt die Ironie, die ich übrigens wahrhaftig ohne Bosheit in dieses Offenbar lege, denn ein solches Ergebnis lag tatsächlich nicht vor, oder es hatte von allem Anfang an vorgelegen und im Verhältnis der beiden war keinerlei Entwicklung beschieden gewesen, seit Helmut sich der Senators Tochter zuerst genähert. Was beiderseits für die Verbindung sprach, tat es im Augenblick der Verlobung und Eheschließung nicht mehr und nicht minder als damals gleich, und Neues war nicht hinzugekommen. Aber der klassischen Mahnung, drum prüfe, wer sich ewig bindet, war formell genüge geschehen, und die Länge der Prüfung selbst schien schließlich eine positive Lösung zu fordern, wozu noch ein gewisses Bedürfnis nach Zusammenschluss kam, dass der Krieg zeitigte. So manches schwebende Verhältnis hatte er ja gleich anfangs zu beeilter Reife gebracht. Für ihn ist es Ja-Wort aber, zu dem sie ja aus seelischen oder, muss ich sagen, materiellen Gründen, aus Vernunftgründen also, möge es heißen, von jeher mehr oder weniger bereit gewesen war, fiel noch sehr stark der Umstand ins Gewicht, dass Clarissa gegen Ende vorigen Jahres München verlassen und ihr erstes Engagement in Celle an der Aller angetreten hatte, so daß also ihre Schwester mit einer Mutter, deren bohemhafte Neigungen, so zahm wie sie waren, sie missbilligte, allein geblieben wäre. Übrigens hatte die Senatorin ihre gerührte Freude an der bürgerlichen Einordnung ihres Kindes, auf die sie ja auch durch die Unterhaltung ihres Salons, den gesellschaftlichen Betrieb ihres Hauses, mütterlich hingearbeitet hatte. Sie selbst war dabei auf ihre Kosten gekommen, hatte ihrer süddeutsch gelockerten Lebenslust, die einiges nachzuholen wünschte, damit gedient und ihrer absinkenden Schönheit von den Männern, die sie einlud, knöterlich, kranig, zink und Spengler, jungen Schauspielerleben etc., den Hof machen lassen. Ja, ich gehe nicht zu weit, gehe vielmehr endlich nur gerade weit genug, wenn ich sage, daß sie auch mit Rudi Schwertfeger auf einem sehr scherzhaften, das Mutter-Sohn-Verhältnis neckisch-travestierenden Fuß gestanden hatte und daß besonders oft im Umgang mit ihm das zierlich gierende Lachen laut geworden war, das man an ihr kannte. Nach allem aber, was ich über die Bewegungen von Inesens Innenleben weiter oben angedeutet, und, ja, ausgesprochen habe, kann ich es dem Leser überlassen, sich den komplizierten Unwillen, die Scham und Schande einzubilden, die sie angesichts dieser Tendeleien empfand. In meiner Gegenwart war es vorgekommen, daß sie während eines solchen Vorganges geröteten angesichts den Salon ihrer Mutter verlassen und sich in ihr Zimmer zurückgezogen hatte, an dessen Tür, wie sie vielleicht erhofft und erwartet, nach einer Viertelstunde Rudolf geklopft hatte, um nach dem Grunde ihres Verschwindens zu fragen, den er sicherlich kannte, der aber natürlich unaussprechlich war. Ihr zu sagen, wie sehr sie drüben fehle, und ihr in allen Tönen, auch in solchen brüderlicher Zärtlichkeit, die Rückkehr abzuschwätzen. Nicht eher hatte er geruht, als bis sie ihm versprochen, und zwar nicht mit ihm zusammen, das denn doch nicht, aber einige Zeit nach ihm wieder zur Gesellschaft zu stoßen. Man verzeihe die nachträgliche Einschaltung dieses Vorkommnisses, das sich meiner Erinnerung eingeprägt hat, aber aus derjenigen der Senatorin Rodde, nun, da Ines Verlobung und Eheschließung Tatsache geworden, auf eine gemütvolle Weise verbannt war. Nicht nur, dass sie die Hochzeit in aller Stattlichkeit ausgerichtet und es in Ermangelung einer nennenswerten Pekuniäre mitgift an einer würdigen Aussteuer in Wäsche und Silber nicht hatte fehlen lassen, sie entäußerte sich auch manches Möbelstücks aus alter Zeit, gewisser geschnitzter Truhen, eines und des anderen vergoldeten Gitterstühlchens, um zur Ausstattung der herrschaftlichen Wohnung beizutragen, die das junge Paar in der Prinzregentenstraße, zwei Treppen hoch, die Vorderzimmer gingen auf den englischen Garten, gemietet hatten. Ja, wie um sich selbst und anderen zu beweisen, dass ihre Gesellschaftsfreudigkeit, die lustigen Abende in ihrem Salon wirklich nur den Glücksaussichten, der Unterkunft ihrer Töchter gedient hatten, legte sie nun entschiedene Abdankungswünsche, die Neigung an den Tag, sich von der Welt zurückzuziehen, empfing nicht mehr und löste schon etwa ein Jahr nach Ines Verehrlichung ihren Hausstand in der Rammbergstraße auf, um ihr Witwenleben auf einen ganz anderen Fuß zu stellen, auf einen ländlichen. Sie zog nach Pfeiffering, wo sie fast ohne, dass Adrian es merkte, in jenem an dem freien Platz gegenüber dem Schweigestilschen Hof gelegnen niederen Gebäude mit den Kastanien davor Wohnung nahm, wo vormals der Kunstmaler mit den schwermütigen Landschaften aus dem Waldshuter Moor gehaust hatte. Die Anziehungskraft dieses bescheiden, stilvollen Winkels auf jederlei distinguiertere Resignation oder verwundete Menschlichkeit war merkwürdig. Man wusste sie wohl aus dem Charakter der Hofbesitzer, besonders dem der rüstigen Wirtin Else Schweigestils und ihrer Gabe des Verständnisses erklären, die sie denn auch in gelegentlichem Gespräch mit Adrian, als sie ihm nämlich mitteilte, dass die Senatorin drüben einzuziehen gedenke, in wunderlicher Klarsicht bewährte. »Das ist ganz einfach«, sagte sie. Nach oberbayerischer Art assimilierte sie immer das N dem F, so dass ein M daraus wurde. »Ganz einfach«, »unverständlich, Herr Leverkühne, ich habe es gleich gesehen. Sie hat genug von Stadt und Leute und Gesellschaften, von Herren und Damen, weil das Alter sie gschamig macht. Das ist halt verschieden. Es gibt welche, denen macht es nichts und arrangieren sich damit und steht ihnen auch, die werden bloß recht statuös und schelmisch auf die Längen mit weißen Ohrlocken, net wo, und so weiter. Und was sie früher so angestellt haben, das lassen's recht pikant und recht zum Vermuten durchblicken, durch ihre derzeitige Würde, die Männer schamiert. Das oft mehr, als man denken sollte. Aber bei welchen, da geht's nicht und da steht's nicht. Und wann die Backen magern und der Hals sich merkelt und es auch mit den Zähnen nix mehr ist beim Lachen, da schämen und grämen sie sich vorm Spiegel und lassen sich nimmer sehen vor die Leid und haben einen Trieb wie die leitende Kreatur zum sich verstecken. Und wenn's der Hals und die Zähne nicht sind, dann sind's die Hohr, die das Kreiz machen und die Schand und bei der Frau Senator, da sind's die Hohr. Ich hab's gleich gemerkt. Sonst wär's noch ganz nett beinahmt. Aber die Hohr, wissen's, die gehen aus über der Stirn, dass der Ansatz verbatzt ist und sie mit der Brennscher bei aller Mühe da vorn nix rechts mehr hinbringt. Und da verzweifelt's. Denn das ist ein großes Leid, glauben's es nur. Und verzichten tut's auf die Welt und zieht so die Schweigestills. Das ist ganz einfach. So die Mutter mit ihrem straffgezogenen, leicht versilberten Scheitel, der in der Mitte den Streifen weißer Kopfhaut sehen ließ. Adrian, wie gesagt, war wenig berührt von dem Einzug der neuen Mieterin dort drüben, die, als sie zuerst den Hof besucht hatte, sich von der Wirtin zu kurzem Einspruch hatte zu ihm führen lassen, dann aber, seine Arbeitsruhe schonend für seine Zurückhaltung, die ihre in Tausch gab und ihn nur einmal gleich anfangs zum Tee bei sich sah. In diesem paar schlicht getünchten und niedrigen Stuben hinter den Kastanien zu ebener Erde, die mit den bürgerlich eleganten Resten ihres Hausrats, Kandelabern, Steppfoteus, dem goldenen Horn, in schwerem Rahmen, dem Flügel, mit der Brokatsdecke darüber, wunderlich genug angefüllt waren. Von da an, wenn man einander im Dorf oder auf Feldwegen begegnete, wechselte man nur einen freundlichen Gruß oder stand auch ein paar Minuten im Gespräch über die arge Lage des Landes, die wachsende Ernährungsnot in den Städten, unter der man hier weit weniger litt, sodass denn die Eingezogenheit der Senatorin eine praktische Rechtfertigung und scheinbar etwas wie sorgende Vorsetzlichkeit gewann, indem sie ihr erlaubte, ihre Töchter, ja auch ehemalige Freunde ihres Hauses wie die Knöterichs von Pfeifering aus mit Lebensmitteln, Eiern, Butter, Würsten und Mehl zu versehen. Aus diesen Packungen und Sendungen machte sie sich während der kargsten Jahre geradezu einen Beruf. Die Knöterichs hatten Ines Rodde nun reich, rangiert und gegen das Leben gepolstert, aus der kleinen Schar der ehemaligen Salongäste ihrer Mutter wie etwa noch den Numismatiker Dr. Kranich, Schildknapp, Rudi Schwertfeger und mich selbst, aber nicht Zink und Spengler und auch das theatralische Künstlervölkchen, die Studienkollegen Clarissas nicht, für ihre und ihres Mannes eigene Geselligkeit übernommen, die durch Universitätselemente ältere und jüngere Dozenten der beiden Hochschulen und ihre Damen ergänzt wurde. Mit Frau Knöterich, Natalia, spanisch exotisch von Ansehen, stand sie sogar auf freundschaftlichem, ja vertraulichem Fuß und dies, obgleich die recht anmutige Frau in dem ziemlich unbezweifelten Rufestand, dem Morphium ergeben zu sein. Eine Nachrede, die meiner Beobachtung durch ihre reizvoll gesprächige Glanzeugigkeit zu Beginn einer Gesellschaft und durch ihr gelegentliches Verschwinden, um diese allmählich in Verfall geratene Munterkeit wieder aufzufrischen, bestätigt wurde. Dass die so ganz auf konservative Würde patrizische Respektabilität gestellte Ines, die ihre Ehe ja nur eingegangen war, um sich diese Sehnsüchte erfüllen zu können, den Umgang mit Natalia, demjenigen mit den gesetzten Gattinnen der Kollegen ihres Mannes, dem Typ der deutschen Professorenfrau vorzog, sie privatem besuchte, sie allein bei sich sah, zeigte mir so recht den Zwiespalt in ihrer Natur und wie zweifelhaft es im Grunde um die persönliche Rechtmäßigkeit und Zukömmlichkeit ihres bürgerlichen Heimwehs bestellt war. Dass sie ihren Gatten diesen klein angelegten und seinerseits in ästhetischen Kraft Ambitionen sich gefallenden Schönheitsgelehrten nicht liebte, war mir nie zweifelhaft. Es war eine gewollte Anstandsliebe, die sie ihm widmete, und so viel ist wahr, dass sie in vollendeter Distinktion, verfeinert noch durch jene gewisse zarte und schwierige Schalkheit des Ausdrucks seine Stellung repräsentierte. Die Akkuratesse, mit der sie seinem Hauswesen vorstand, seine Empfänge vorbereitete, war schon mehr leidende Pedanterie zu nennen, und das unter ökonomischen Umständen, die die Aufrechterhaltung bürgerlicher Korrektheit von Jahr zu Jahr mehr erschwerten. Zu ihrer Hilfe bei der Betreuung der teuren und schönen Wohnung mit persischen Teppichen auf glänzenden Parketts hatte sie zwei wohlgezogene und gommilfaux gekleidete Dienstmädchen mit Häubchen und gestärkten Schürzenbändern, von denen die eine, das Zimmermädchen, Jungferndienste bei ihr versah. Nach dieser Sophie zu schellen war ihre Leidenschaft, sie tat es immer fort, um des Genusses herrschaftlicher Bedienung willen und um sich des Schutzes, der Pflege zu versichern, die sie sich durch ihre Heirat erkauft. Sophie war es auch, die ihr die Unzahl von Koffern und Köfferchen zu packen hatte, welche sie mit sich nahm, wenn sie mit Institoris aufs Land, nach Tegernsee oder Berchtesgaden reiste, selbst wenn es nur auf einige Tage geschah. Diese Berge von Gepäck, mit denen sie sich bei jedem kleinsten Ausflug aus ihrem Sorgfaltsnest beschwerte, waren mir ebenfalls ein Symbol ihres Schutzbedürfnisses und ihrer Lebensängstlichkeit. Von der vor jedem Stäubchen bewahrten Achtzimmerwohnung in der Prinzregentenstraße muss ich noch sprechen. Sie war mit ihren beiden Salons, von denen der eine traulicher eingerichtet, als tägliches Wohngemacht diente, ihrem geräumigen Speisezimmer in geschnitzter Eiche, dem Herren- und Rauchzimmer in seiner Lederbequemlichkeit, dem ehelichen Schlafzimmer, über dessen Lagerstättenpaar aus gelbpoliertem Birnbaumholz Andeutungen von Betthimmeln schwebten und auf dessen Damentoilettentisch sich die blitzenden Flakons, die silbernen Utensilien genau der Größe nach reihten. Sie war, sage ich, das noch einige Jahre in die auflösende Zeit hineindauernde Musterbild eines Heims deutschen Kulturbürgertums. Nicht zuletzt Vermöge der guten Bücher, die man überall im Wohn-, Empfangs- und Herrenzimmer aufgestellt fand und bei deren Erwerbung, teils aus repräsentativen Gründen, teils aus solchen seelischer Schonung, das Erregende und Zersetzende gemieden war, gediegen Bildungsmäßiges. Die Historik, Leopold von Rankes, die Schriften des Gregorovius, kunsthistorische Werke, deutsche und französische Klassiker, kurz Stabiles und Bewahrendes, bildete den Grundstock. Mit den Jahren wurde die Wohnung noch schöner oder doch voller und farbiger, denn Dr. Institores war befreundet mit einem und dem anderen Münchner Künstler der besonneneren Glaspalastrichtung, sein Kunstgeschmack war bei aller theoretischen Bejahung des prangend Gewalttätigen durchaus zahm, besonders mit einem gewissen Nottebohm, aus Hamburg gebürtig, verheiratet, hohlwangig, spitzbärtig und drollig, begabt für die lustige Imitation von Schauspielern, Tieren, Musikinstrumenten und Professoren, eine Stütze der nun freilich aussterbenden Karnevalsfeste, geschickt in der gesellschaftlichen Einfangetechnik des Porträtisten und als Künstler, ich darf es wohl sagen, der Mann einer inferioren Glattmalerei. Institores, gewöhnt an den wissenschaftlichen Umgang mit dem Meisterhaften, Unterschied entweder nicht zwischen diesem und einer gekonnten Mittelmäßigkeit, oder er glaubte seiner Aufträge der guten Freundschaft schuldig zu sein und verlangte auch wohl für seine Wende nichts anderes als das artig unanstößige und vornehm beruhigende, worin er zweifellos bei seiner Frau, wenn nicht von Geschmacks wegen, so doch gesinnungsweise entschiedene Unterstützung fand. Darum ließen beide sich von Nottebohm für gutes Geld sehr ähnlich und nichtsagend malen, jeder für sich sowohl wie auch zusammen, und später, als Kinder kamen, durfte der Spaßmacher ein lebensgroßes Familienbild, der Institores verfertigen, eine puppige Darstellung, auf deren ansehnlicher Fläche eine Menge hochgefirnester Ölfarbe verschwendet war und die in reichem Rahmen, versehen mit elektrischer Eigenbeleuchtung von oben und unten, das Empfangszimmer schmückten. Als Kinder kamen, sagte ich, denn es kamen Kinder. Und mit welcher Erdrettheit, welcher Zähen, fast möchte man sagen, heldenmütigen Verleugnung von Umständen, die dem Nobelbürgerlichen immer weniger Gunst gewährten, wurden sie gehegt und herangezogen, für eine Welt gleichsam, wie sie gewesen war und nicht, wie sie werden wollte. Schon Ende 1915 beschenkte Ines ihren Gatten mit einem Töchterchen, Lucrezia genannt, gezeugt in gelb-polierter Bettstadt unter gestutztem Himmel, nahe dem symmetrisch aufgereihten Silbersachen auf der Glasplatte des Toilettentisches und Ines erklärte sogleich, dass sie ein vollkommen erzogenes, junges Mädchen, une jeune fille accompli, wie sie sich in ihrem Karlsruher französisch ausdrückte, aus ihr zu machen gedächte. Zwei Jahre später folgte ihr ein Zwillingspärchen, Mädchen wiederum, die in ebenso korrekter häuslicher Zeremonie mit Schokolade, Portwein und Konfekt, aus silberner, mit Blumen begrenzter Schale, auf den Namen Entchen und Riedchen getauft wurden. Alle drei waren Weiße, lieblich verzerrtelt Lispelnde, um ihre Schleifenkleidchen besorgte, offenbar unter dem Druck des mütterlichen Tadellosigkeitswahnes stehende und auf traurige Art von sich eingenommene Schattenpflänzchen und Luxusgeschöpfchen, die ihre frühen Tage in präzösen Körbchen mit Seidengardinen verbrachten und von einer Amme, denn Inis näherte sie nicht selbst, der Hausarzt hatte es ihr widerraten, einer noch ganz im bürgerlichen Pfingst-Ochsen-Stil aufgeputzten Frau aus dem Volk in niedrigen Schubwägelchen elegantester Konstruktion auf Gummirädern unter den linden Bäumen der Prinzregentenstraße spazieren gefahren wurden. Später war es ein Fräulein, gelernte Kindergärtnerin, die sie betreute. Das helle Zimmer, in dem sie aufwuchsen, wo ihre Bettchen standen und wo Inis sie besuchte, sobald die Ansprüche des Haushalts und die Sorge um ihre eigene Sorniertheit es erlaubten, war mit seinem die Wände umlaufenden Märchenfries, seinen ebenfalls märchenhaften Zwergmöbeln, dem bunten Linoleumbelag und der Welt von wohlgeordnetem Spielzeug, Tettibären, Rolllämmern, Hampelmännern, Kettegruse, Puppen und Eisenbahnen auf den Wandburten, das Musterbild eines häuslichen Kinderparadieses, genau wie es im Buche steht. Muss ich nun sagen oder wiederholen, dass es mit all dieser Richtigkeit keineswegs seine Richtigkeit hatte, dass sie auf Willelei, um nicht zu sagen, auf Lüge beruhte und nicht nur von außen mehr und mehr in Frage gestellt wurde, sondern für das schärfere, durch Teilnahme geschärfte Auge auch innerlich brüchig war und weder beglückte noch in der Seele geglaubt oder auch nur wahrhaft gewollt wurde. Mir schien diese ganze Glückskorrektheit immer eine bewusste Verleugnung und Übertünchung des Problematischen. Zu Inissens Leidenskult stand sie in sonderbarem Widerspruch und meiner Meinung nach war die Frau zu klug, sich darüber zu täuschen, dass die idealische Bürgerhecke, zu der sie das Dasein ihrer Kinder zimperlich verklärte, der Ausdruck und die Überverbesserung der Tatsache war, dass sie sie nicht liebte, sondern die Früchte einer Verbindung in ihnen sah, die sie mit schlechtem weiblichen Gewissen eingegangen war und in der sie unter fleischlichen Widerständen lebte. Großer Gott, es war selbstverständlich keine berauschende Wonne für eine Frau mit Helmut Instidores zu schlafen. So viel verstehe ich auch von weiblichen Träumen und Ansprüchen und war immer gezwungen, mir vorzustellen, dass Ines ihre Kinder rein pflichtmäßig duldend und sozusagen abgewandten Gesichtes von ihm empfangen hatte. Denn sie waren die Seinen, daran ließ die Ähnlichkeit aller drei mit ihm keinen Zweifel, die diejenige mit der Mutter weit überwog. Vielleicht, weil deren seelische Teilnahme bei ihrer Erzeugung so gering gewesen war, und überhaupt möchte ich der natürlichen Ehre des kleinen Herren in keiner Weise zu nahe treten. Er war gewiss ein ganzer Mann, wenn auch in Männchengestalt, und durch ihn erfuhr Ines die Lust, eine glücklose Lust, auf deren ärmlichem Boden ihre Leidenschaft wuchern konnte. Ich habe es ja gesagt, dass Institoris, als er um Ines Jungfräulichkeit zu freien begonnen, es eigentlich für einen anderen getan hatte. So denn nun auch war er als Gatte nur der Erwecker abschweifender Wünsche, einer halben, im Grunde kränkenden Glückserfahrung, die nach Ergänzung, Verifizierung, Genugtuung verlangte und das Leid, das sie um Rudi Schwertfeger trug und das ich mir im Gespräch mit ihr sonderbar entfüllt hatte, zur Leidenschaft aufflammen ließ. Es ist ganz klar, als Gegenstand der Werbung begann sie kummervoll seiner zu gedenken. Als wissende Frau verliebte sie sich mit vollem Bewusstsein und in aller Vollständigkeit des Gefühls und der Begierde in ihn. Und auch das kann keinem Zweifel unterliegen, dass der junge Mann gar nicht umhin konnte, diesem ihm leidend und mit geistiger Überlegenheit entgegendrängenden Gefühl zu gehorchen. Fast hätte ich gesagt, es wäre noch schöner gewesen, wenn er ihm nicht gehorcht hätte. Wobei mir das schwesterliche Hopp, Mensch, was fällt Ihnen ein? Springen Sie gefälligst! im Ohre klingt. Nochmals, ich schreibe keinen Roman und spiegle nicht allwissende Autoreneinsicht in die dramatischen Phasen einer intimenden Augen der Welt entzogenen Entwicklung vor. Aber so viel ist gewiss, dass Rudolf in die Enge getrieben, ganz unwillkürlich und mit einem »Was soll ich machen?« jenem stolzen Kommando parierte. Wobei ich mir sehr wohl vorstellen kann, wie seine Passion für den Flirt, das anfänglich harmlose Vergnügen an einer sich immer mehr spannenden und erhitzenden Situation ihn in ein Abenteuer lockte, dem er ohne diese Neigung zum Spiel mit dem Feuer auch hätte ausweichen können. Mit anderen Worten, unter der Decke bürgerlicher Untateligkeit, nach deren Schutze sie doch so heimwehkränklich verlangt hatte, lebte Ines Institoris im Ehebruch mit einem der seelischen Konstitution und selbst dem Gehaben nach knabenhaften Frauenliebling, der ihr Zweifel und Kummer machte, wie sonst eine leichtfertige Frau dem ernstlich liebenden Manne Zweifel und Kummer macht und in dessen Armen ihre von Unlieber Ehe geweckten Sinne Genüge fanden. Sie lebte so jahrelang, von einem Zeitpunkt an, der, wenn ich recht sehe, nur wenige Monate nach ihrer Verehelichung lag, bis gegen Ende des Jahrzehnts. Und wenn sie dann nicht mehr so lebte, so darum, weil er, den sie aus allen Kräften zu halten gesucht hatte, sich ihr entzog. Sie war es, die, indem sie zugleich die exemplarische Hausfrau und Mutter abgab, das Verhältnis dirigierte, manipulierte und verschleierte. Ein tägliches Kunststück und ein Doppelleben, das natürlich an ihren Nerven zehrte und zu ihrer höchsten Angst die prekäre Lieblichkeit ihrer Erscheinung bedrohte, zum Beispiel, indem es die beiden Falten an der Nasenwurzel zwischen ihren blonden Brauen auf eine gewisse maniakalische Weise vertiefte. Dabei ist, bei aller Vorsicht, Schleue und Virtuosen Diskretion, die darauf verwandt wird, solche Abwegigkeiten den Augen der Gesellschaft zu verbergen, der Wille dazu auf beiden Seiten auch wieder niemals ganz klar und ungebrochen. Sowohl beim Manne, dem es ja schmeicheln muss, wenn man sein gutes Glück wenigstens vermutet, wie auch sogar bei der Frau, deren geschlechtlicher Stolz es heimlich geradezu darauf abgesehen hat, dass man wisse, sie müsse sich nicht mit den von niemandem hochveranschlagten Liebkusungen ihres Gatten begnügen. Darum täusche ich mich kaum in der Annahme, dass die Kenntnis von Ines Instituris nebenwegen in ihrem Münchner Kreise ziemlich allgemein verbreitet war. Obgleich ich nie mit jemandem, außer mit Adrian Leverkühn, ein Wort darüber gewechselt habe. Ja, ich gehe so weit mit der Möglichkeit zu rechnen, dass auch Helmut selbst die Wahrheit kannte. Das Vorkommen einer gewissen Mischung von gebildeter Güte, kopfschüttelnd bedauernder Duldung und Friedensliebe spricht für diese Annahme und es geschieht gar nicht selten, dass die Gesellschaft den Gatten für den einzig Blinden hält, während er der Meinung ist, außer ihm wisse niemand etwas. Dies die Bemerkung eines alten Mannes, der ins Leben geblickt hat. Ich hatte nicht den Eindruck, dass Ines sich um irgendwelche Mitwisserschaft sonderlich kümmerte. Sie tat ihr Bestes, um solche hint anzuhalten, aber das war mehr ein Waren des Dekors. Wer durchaus wollte, mochte Bescheid wissen, wenn er sie nicht störte. Die Leidenschaft ist zu eingenommen von sich, um sich vorstellen zu können, dass irgendjemand ihr ernstlich entgegen sei. Wenigstens ist dies in Liebesdingen so, wo das Gefühl jedes Recht der Welt für sich in Anspruch nimmt und in aller Verbotenheit und Anstößigkeit ganz unwillkürlich auf Verständnis rechnet. Wie hätte Ines, wenn sie sich sonst für ganz unbelauscht gehalten hätte, meine Eingeweihtheit so ohne weiteres voraussetzen können? Sie tat das aber so gut wie rückhaltlos. Nur gerade, dass ein bestimmter Name ausfiel, in einem abendlichen Gespräch, das wir, es wird im Herbst 1916 gewesen sein, miteinander führten und um das es ihr offenbar zu tun gewesen war. Ich hatte mir damals, anders als Adrian, der, wenn er einmal den Abend in München verbracht hatte, immer an seinem Elf-Uhr-Zug zur Heimkehr nach Pfeiffering festhielt, in Schwabing, nicht weit hinterm Siegestor, Hohenzollernstraße, ein Stübschen gemietet, um unabhängig zu sein und unter Umständen in der Hauptstadt ein Obdach zu haben. So konnte ich bei den Institutus als guter Freund zum Abendessen eingeladen, bereitwillig zustimmen, als Ines, unterstützt von ihrem Gatten, mich schon bei Tische bat, ihr nachher noch Gesellschaft zu leisten, wenn Helmut, der vorhatte, im Allotria-Club Karten zu spielen, gegangen sein würde. Er ging kurz nach neun Uhr mit dem Wunsch, wohl zu plaudern. Dann saßen Hausfrau und Gast allein im täglichen Wohnzimmer, das mit Kissen belegten Korbmöbeln ausgestattet war und wo Ines Büste von einem befreundeten Bildhauer in Alabaster gearbeitet, auf einer Säulenkonsole stand, sehr ähnlich, sehr pikant, ein Gutteil Unterlebensgröße, aber außerordentlich sprechend, mit dem schweren Haar, den verschleierten Augen, dem zarten, schräg vorgeschobenen Hälschen, dem in schwieriger Schallkraftigkeit gespitzten Mund. Und ich war der Vertraute wieder, der Gute, keine Emotionen erweckende Mensch, im Gegensatz zur Welt des Reizenden, die Ines wohl in dem Jungen verkörpert fand, von dem mit mir zu sprechen es sie verlangte. Sie sagte selbst, die Dinge, das Geschehende erlebte, Glück, Liebe und Leiden, kamen nicht zu ihrem Recht, wenn sie stumm blieben und eben nur genossen, erlitten wurden. Sie genügten sich nicht in Nacht und Schweigen. Je heimlicher sie waren, desto mehr bedurften sie des Dritten, des Vertrauten, des Dritten, zu dem, mit dem man darüber sprechen konnte, und der war ich. Ich saß ein und nahm meine Rolle auf mich. Wir hatten nach Helmuts Weggang einige Zeit gleichsam, solange er noch in Hörweite war, von gleichgültigen Dingen gesprochen. Plötzlich, fast überrumpelnd, sagte sie dann, Serenus, schelten, verachten, verwerfen sie mich? Es wäre sinnlos gewesen, nicht verstehen, zu heucheln. Mitnichten, Enes, erwiderte, ich bewahre Gott. Ich habe es mir immer gesagt sein lassen, jenes, die Rache ist, mein, ich will vergelten. Ich weiß, er senkt die Strafe schon in das Vergehen hinein und drängt es ganz mit ihr, sodass das eine nicht vom anderen zu unterscheiden ist, und Glück und Strafe dasselbe sind. Sie müssen sehr leiden. Säße ich hier, wenn ich zum Sittenrichter gemacht wäre? Dass ich für sie fürchte? Das leugne ich nicht. Aber ich hätte auch das für mich behalten, ohne ihre Frage, ob ich sie schelte. Was ist Leiden? Was sind Furcht und demütigende Gefahr? sagte sie, im Vergleich mit dem einen süßen, unentbehrlichen Triumph, ohne den man nicht leben wollte. Das Leichtfertige, Entgleitende, das Weltliche, die Seele mit unverlässiger Nettigkeit quälende, das aber dennoch wahren menschlichen Wert hat, an diesem, seinem ernsten Werte festzuhalten, sein Stutzertum zum Ernst zu zwingen, das Lose zu besitzen und es endlich, endlich, nicht einmal nur, sondern zur Bestätigung und Versicherung nie oft genug, in dem Zustand zu sehen, der seinem Wert gebührt, im Zustand der Hingebung, der tief aufseufzenden Leidenschaft. Ich sage nicht, dass die Frau sich genau dieser Worte bediente, aber sehr annähernd so drückte sie sich aus. Sie war ja belesen und gewohnt, ihr inneres Leben nicht stumm zu führen, sondern es zu artikulieren, und hatte sich als Mädchen sogar in der Dichtkunst versucht. Ihre Worte besaßen gebildete Präzision und etwas von der Kühnheit, die immer entsteht, wenn die Sprache Gefühl und Leben ernstlich zu erreichen und in sich aufgehen zu lassen, sie in sich erst wahrhaft leben zu lassen, bestrebt ist. Dies ist kein alltäglicher Wunsch, sondern ein Erzeugnis des Affektes, und insofern sind Affekt und Geist verwandt, insofern aber auch ist der Geist ergreifend. Indem sie fortfuhr zu sprechen, nur selten mit halbem Ohr hinhörend auf das, was ich etwa einschaltete, waren ihre Worte, ich sage es offen, von einer sinnlichen Wonne durchtränkt, die mich anstehen, lässt sie hier in direkter Rede wiederzugeben. Mitleid, Diskretion, menschliche Ehrfurcht hindern mich daran, und auch die, mag sein, spießbürgerliche Scheu, dem Leser Peinliches zuzumuten. Sie wiederholte sich vielfach, in dem Drange dem schon Gesagten, das ihr noch nicht zu seinem Rechte gekommen schien, zu angemessenerem Ausdruck zu verhelfen, und immer ging es dabei um die eigentümliche Gleichsetzung von Wert und sinnlicher Leidenschaft, um die fixe und sonderbar trunkene Idee, dass innerer Wert nur in der Lust, die offenbar etwas an Ernst dem Werte Gleiches war, sich erfüllen, sich verwirklichen könne, und dass es das zugleich höchste und unentbehrlichste Glück war, ihn dazu anzuhalten. Es ist schlechthin unbeschreiblich, welchen Akzent heißer und schwermütiger, übrigens ungesicherter Genugtuung in ihrem Munde diese Vermischung der Begriffe Wert und Lust annahm, wie sehr dabei die Lust als das Element des tiefsten Ernstes erschien. Furchtbar entgegengesetzt dem verhassten Element der Gesellschaft, an welches der Wert sich kokettisch spielend verriet, dass das elbische, verräterische Element seiner Hülle der Liebenswürdigkeit war und dem man ihn nehmen, entreißen mußte, um ihn allein, höchst allein, im letzten Sinn des Wortes allein zu haben. Die Zähmung der Liebenswürdigkeit zur Liebe, darum drehte es sich. Aber zugleich um Abstrakteres oder um etwas, worin Gedachtes und Sinnliches unheimlich in eins verschmolzen, um die Idee, dass der Widerspruch zwischen der Frivolität des Gesellschaftsfestes und der traurigen Verdächtigkeit des Lebens aufgehoben war in seiner Umarmung. Was Leiden daran aufs Süßeste gerecht war, durch diese? Von dem, was ich selber einwarf, weiß ich mich kaum noch an Einzelnes zu erinnern, außer an eine Frage, die wohl den Zweck hatte, auf die erotische Überschätzung des Gegenstandes hinzudeuten und zu erfahren, wie diese möglich sei. Ich erinnere mich, dass ich schonend andeutete, wie es doch nicht gerade das vital herrlichste, vollkommenste, begehrenswerteste sei, woran hier die Leidenschaft sich klammerte, dass ich anlässlich der Entscheidung über die Kriegsdiensttauglichkeit ein physiologischer Funktionsdefekt, eine Organresektion herausgestellt habe. Die Antwort lautete in dem Sinne, dass diese Einschränkung das Lebenswürdige dem leidenden Geiste näherbringe, dass ohne sie für diesen gar keine Hoffnung bestanden hätte und sie es sei, die den Flattersinn, dem Ruf des Schmerzes überhaupt zugänglich gemacht habe. Mehr noch und bezeichnend genug, dass die Lebensverkürzung, die etwa daraus resultiere, für das Besitzverlangen eher ein Trost, eine Beruhigung und Versicherung als eine Herabstimmung bedeute. Im Übrigen waren alle sonderbar beklemmenden Einzelheiten des Gesprächs wieder da, indem sie mir ihre Verfallenheit zuerst entdeckt hatte, nur gelöst jetzt in fast bußhafter Genugtuung. Er mochte nun durch die begütigende Bemerkung, dass er sich auch bei Langewiesches oder Rollwagens, Leute, die man selber nicht kannte, einmal wieder habe blicken lassen müssen, verraten, dass er dort ebenso sprach und sagte, er habe sich doch auch wieder blicken lassen müssen bei ihr. Es ließ sich nun triumphierendes dabei denken. Die Rassigkeit der Rollwagenschen Töchter war keine Angst und Peinen mehr, Mund an Mund mit ihm. Und entgiftet waren die Nettigkeitsbitten an gleichgültige Menschen, doch noch nicht wegzugehen. Das Grässliche, es sind schon so viele unglücklich. Es gab ein Seufzen, durch das dem Wort der Stachel der Schmach gebrochen war. Diese Frau war offenbar von dem Gedanken erfüllt, dass sie zwar der Welt des Wissens und Leidens gehöre, zugleich aber Weib sei, und in ihrer Weiblichkeit das Mittel besitze, Leben und Glück an sich zu reißen, den Übermut an ihrem Herzen zum Erliegen zu bringen. Früher war allenfalls durch einen Blick, ein ernstes Wort, die Torheit, einen Augenblick nachdenklich zu stimmen, vorübergehend zu gewinnen gewesen. Man hatte sie anhalten können, ihr nichtsnutziges Adieu sagen, noch einmal zurückkehrend, durch ein stilles und ernsthaftes zu korrigieren. Nun waren diese ephemeren Gewinne befestigt im Besitz, in der Vereinigung, soweit Besitz und Vereinigung möglich waren in der Zweiheit, soweit eine verschattete Weiblichkeit es zu sichern vermochte. Es war diese, der Ines misstraute, indem sie ihren Unglauben zu erkennen gab an die Treue des Geliebten. »Serenus«, sagte sie, »es ist unausbleiblich.« »Ich weiß es. Er wird mich verlassen.« Und ich sah die Falten zwischen ihren Brauen sich mit verbohrtem Ausdruck vertiefen. Aber dann wehe ihm! »Wehe mir«, setzte sie tonlos hinzu. Und ich konnte nicht umhin, mich an Adrians Wort zu erinnern, als ich ihm zuerst von dem Verhältnis erzählt. Er soll sehen, dass er heil aus der Sache davonkommt. Für mich war das Gespräch ein wirkliches Opfer. Es dauerte zwei Stunden. Und viel Selbstverleugnung, menschliche Sympathie, freundschaftlich guter Wille waren nötig, es durchzustehen. Ines schien sich dessen auch bewusst zu sein. Aber merkwürdig, ich muss es sagen, ihre Dankbarkeit für die Geduld, Zeit, Nervenkraft, die man ihr widmete, war mir unverkennbar, kompliziert durch eine gewisse bußhafte Genugtuung darüber. Etwas wie Schadenfreude, die sich in einem gelegentlichen enigmatischen Lächeln verriet und an die ich noch heute nicht denken kann, ohne mich zu wundern, dass ich so lange aushielt. Tatsächlich saßen wir, bis Institores aus der Allotria zurückkehrte, wo er mit Herrn der Gesellschaft Tarok gespielt hatte. Ein Ausdruck verlegenen Erratens überflog sein Gesicht, als er uns noch beisammensah. Er dankte mir für die freundliche Vertretung, und ich setzte mich nicht mehr nach der Wiederbegrüßung mit ihm. Ich küßte der Hausfrau die Hand und ging, recht entnervt, halb verärgert, halb teilnahmsvoll erschüttert, durch die ausgestorbenen Straßen nach meinem Quartier.